Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Insight zu den aktuellen S04 News. Aufgestiegen sind wir ja schon, am Wochenende könnten wir sogar noch die Mais-Schale mitnehmen, aber auch Simon Terodde wird wohl eine Trophäe bekommen, denn es ist ja höchstwahrscheinlich, dass er zum vierten Mal Torschutzkündig der zweiten Fusser Bundesliga wird. Auf Platz 2 liegt aktuell Robert Glatzel vom HSV mit 8 Toren weniger. Also das sollte eigentlich gut laufen für Terodde. Neu dabei ist aber, dass er zum ersten Mal noch eine wirkliche Teurekanone erhält, denn diese hat er bisher noch nicht erhalten und meistens nur von seiner Frau gebastelt bekommen, weil es eben noch keine gab für einen Zweitliga-Torschützenkönig, denn der Grund liegt auf der Hand. Das Magazinkicker vergibt da die Kanone immer, aber eben erst seit zwei Jahren nach der zweiten Fusser Bundesliga. 2020 war das Fabian Klos und letztes Jahr Serdar Dursun. Die wird bei mir einen schönen Platz finden, das ist auch selbstverständlich, sagt Terodde. Ich muss mich bei meinen Kollegen bedanken, die mich zahlreich gefüttert haben. Und natürlich ist auch klar, er hat sie noch nicht und auch Schluss mit Toren soll er lange nicht sein. Wenn er nämlich in Nürnberg treffen sollte, würde er erstmals in seiner langen Karriere die 30-Tore-Marke einer Saison knacken, was sicherlich für uns alle eine wirklich richtig starke Statistik wäre. Das Ende seiner Karriere soll das aber noch lange nicht sein. Ich will noch ganz lange spielen, erst einmal bin ich aber froh, dass ich Urlaub machen und dann etwas runterfahren kann. Dann werde ich mir neue Ziele setzen, sagte Terodde. Also, ich gönne es mir von Herzen, dass er nun auch mal eine echte Teuerkanone bekommt. Und ich denke mal, die wird er auch bekommen, weil die acht Tore wird Glatze wohl nicht mehr aufholen. Und Terodde wird vielleicht sogar noch ein bis zwei selber machen, vielleicht sogar drei oder vier. Mal gucken, was so passieren wird. Aber natürlich auch schön, dass man das etwas ruhiger angehen kann. Und ich glaube, wir gönnen Simon Terodde alle von Herzen, weil er einfach extrem dabei geholfen hat, dass sie diesen Aufstieg gemeinsam schaffen konnten. Eure Meinung zu unserer Nummer 9 mal gerne in die Kommentare. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und Glück auf. Anna Lüschalker